Im Leben von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt es ganz typischerweise eine Reihe von tiefen Krisen, welche durchlebt bzw. erfolgreich bewältigt werden müssen, damit letztendlich zum einen auch die Borderline-Störung als solches überwunden werden kann und zum anderen für die oder den Betroffenen auch ein glückliches Leben möglich wird. Über fünf dieser tiefen Krisen, die eigentlich jeder Borderliner durchlebt, hier stellt sich nicht die Frage, ob diese Krisen erlebt werden, sondern nur, ob diese Krisen überwunden werden können, sprechen wir in diesem Video. Es ist sehr sinnvoll, wenn du von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen bist oder der Angehörige, der einem Menschen mit Borderline sehr nahe stehende Mensch bist, dir dieses Video einmal ganz bis zum Ende anzusehen. Zum einen werde ich dich eventuell auf bestimmte Krisen, die du in deinem Leben hast, aufmerksam machen und die dir so eventuell noch gar nicht aufgefallen sind, aber dazu kommen wir gleich. Zum anderen kann ich dir eventuell auch noch die ein oder andere neue Perspektive, einen erfrischenden Blickwinkel auf die Konflikte, welche du oder dein dir nahestehender Mensch im Leben hast, geben und somit hoffentlich auch helfen, diese Krise zu überwinden. Du kannst dir das Video einmal ganz anschauen oder aber, wenn du zu ungeduldig bist und sagst vielleicht auch, naja, ich bin schon so lange auf diesem YouTube-Kanal unterwegs, ich kenne den einen oder anderen Punkt schon und möchte zwischen den einzelnen Punkten auch lieber ein bisschen hin- und herspringen, ja, dann kannst du natürlich auch über die, ja, Marker im Video unten in der Videoleiste im Video hin- und herspringen. Ja, aber Schluss mit der langen Vorrede. Um welche fünf großen Krisen wird es in diesem Video gehen? Die erste Krise, die alle Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung durchleben müssen und auch erfolgreich bewältigen sollten, ist schlicht und ergreifend die, einzusehen, dass man selber ein Problem hat. Das ist gar nicht so einfach und hier wären wir auch schon bei einer typischen Krise, wo ich dich darauf aufmerksam machen möchte, dass diese Krise bei dir existiert. Ganz viele Menschen mit Borderline gehen nämlich durchs Leben und sehen die Probleme, die sie im Leben haben, nur bei den anderen. Das heißt, die anderen machen einem selber Ärger. Man selbst hat vielleicht sogar niemals etwas verschuldet. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist zu weiten Teilen, so wie alle Persönlichkeitsstörungen, ich-Sinnton. Es gibt einen, ja, das ist ein Begriff, eine Formulierung aus der Psychologie, wenn man eine gewisse Erkrankung, ein Störungsbild hat, die so sehr mit der eigenen Persönlichkeit verwachsen ist, dass man das gar nicht merkt, dass man eine Erkrankung hat. Das Gegenteil von Ich-Sinnton wäre Ich-Dysston. Das heißt, man würde bemerken, man ist erkrankt, man hat eine Störung. Ja, diese Erkrankung, diese Störung, das macht etwas mit einem, das fühlt sich aber gar nicht so an, als würde das wirklich zu einem gehören. Und nur in diesem Fall kann man eine Erkrankung auch tatsächlich als eine Erkrankung bemerken. Menschen, die eine massive Zwangsstörung haben, also Hände waschen, Tür kontrollieren und so weiter, das sind Menschen, die diese Zwangserkrankung zum Beispiel in aller Regel als Ich-Dysston von Anfang an erleben. Nun, bei Borderline ist das, wie gesagt, nicht so. Das hat auch damit zu tun, dass, und da liegen Menschen mit Borderline völlig richtig, dass sie sagen, naja, mir wurde schon als Kind dieses oder jenes angetan, zum Beispiel durch meine Eltern, das wäre der klassische Fall. Und das war ein offensichtliches Unrecht. Wenn ich das irgendwem anders erzählen würde, was bei mir damals abgelaufen ist, dann würde praktisch jeder mir zustimmen, dass das ein Unrecht ist, das ich erlebt habe. Und das hat vielleicht das aus mir gemacht, was ich heute bin. Deswegen bin ich so misstrauisch gegenüber meinen Eltern, aber auch anderen Menschen. Und ich erlebe immer wieder, da habe ich einen ganz geschärften Blick drauf bekommen, dass es Unrecht in der Gesellschaft gibt, dass auch mir immer wieder Unrecht, Enttäuschung, Verrat etc. zuteil wird. Und genau deswegen glauben Menschen mit Borderline nicht unbedingt zu Unrecht, dass, ja, das Problem häufig bei anderen liegt, etwas, das mit ihnen gemacht wird. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen uns der Realität stellen, dass du, wenn du eine Borderline-Störung hast, ja eben auch diese Störung hast. Das, wofür du die Diagnose, das Label Borderline hinterher bekommen hast. Und mit dieser Störung sind nun einmal die typischen mit dieser Gesellschaft, mit dieser Störung vergesellschafteten Symptome verbunden. Zum Beispiel extreme Emotionen haben und Schwierigkeiten haben, diese Emotionen kontrollieren zu können, nicht alleine sein zu können, extrem impulsiv zu sein, eventuell eine Neigung zu Substanzmissbrauch zu haben, das Gefühl von innerer Leere, ständige Depressivität, dissoziative Zustände etc. Wir müssen uns eingestehen, dass mit uns etwas gemacht wurde und es immer noch Dinge gibt im Leben, die mit uns gemacht werden, die nicht in Ordnung sind, dass in der Folge allerdings auch mit uns etwas passiert ist und wir jetzt eine Erkrankung haben. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass niemand, der dieses Video jetzt schaut und der die eben genannten Symptome hat, ja jetzt sagen wird, also man muss sich einfach eingestehen, dass das etwas ist, das man jetzt selber ist. Man ist der Borderliner geworden durch die anderen. Ja, und das muss man sich eingestehen, damit man hier eben auch dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Nicht also immer die Schuldzuweisungen auf andere zu lenken, sondern eben auch effektiv an den eigenen Symptomen arbeiten zu können. Nur dann, wenn man das tut, wenn man diese Krise schafft zu überwinden, wird man letztlich auch die Borderline-Störung überwinden können. Ja, und das ist für viele Menschen mit Borderline, nämlich die zuerst ich-Synton-Erlebte-Erkrankung abzuschälen, als dyston greifbar zu machen, vielleicht auch zu verstehen, hey, ich als Mensch bin nicht meine Erkrankung. Ich habe diese Erkrankung, ich bin aber nicht diese Erkrankung. Und diese Erkrankung dann effektiv zu bearbeiten, das, ja, das alles ist ganz, ganz wichtig für Menschen mit Borderline. Kommen wir aber zu einer zweiten großen Krise, die alle Menschen mit Borderline erleben und die unbedingt erfolgreich überwunden werden muss, wenn auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung überwunden werden soll. Und das ist Nummer zwei, die Ablösung von den Eltern, insbesondere dann, wenn die Eltern auch die primären Verursacher der heutigen Borderline-Störung sind. Okay, ganz ehrlich, alle Kinder sollten sich irgendwann mal von den Eltern ablösen. Ich denke, da sind wir, da stimmen wir eigentlich alle überein. Für Menschen mit Borderline ist genau dieses Problem, diese Lebensaufgabe allerdings ein noch viel handfesterer Konflikt als für andere Kinder bzw. Jugendliche, junge Erwachsene. Viele Menschen mit Borderline können sich auch ihr gesamtes Leben lang von den Eltern nicht lösen. Die Ursachen dafür freilich sind ganz, ganz vielfältig. Es könnte zum Beispiel sein, dass das initiale Verhalten der Eltern eine Überbehütung gewesen ist, dass die Eltern auch die Kinder gar nicht loslassen wollen, eventuell eine Abnabelung der Kinder aktiv verhindert haben bis jetzt und genau durch diese Überbehütung die Borderline-Erkrankung erst entstanden ist. Borderline, das wissen wir heute, entsteht nicht nur durch Vernachlässigung, sondern auch durch Überbehütung. Auch Überbehütung ist ja eine gewisse Form von Kindesmissbrauch. Das muss man ganz klar sagen, wenn auch häufig in bester Absicht. Naja, und wenn man die ganze Zeit überbehütet wurde, dann entwickelt man sich auch als eine von den Eltern emotional massiv abhängige Persönlichkeit und hat deswegen vielleicht ganz große Probleme loszulassen. Wie viele Menschen gibt es im Alter und wie viele unter euch, meine lieben, geschätzten Zuschauern, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben irgendwie Probleme, sich so richtig abzulösen von den Eltern? Wer lässt sich vielleicht auch als Erwachsener immer noch Vorschriften machen von den Eltern? Wer von euch lässt sich immer wieder einspannen von den Eltern, benutzen zu Dingen, die man vielleicht eigentlich gar nicht will? Wo man vielleicht auch selber merkt, hey, meine Mutter oder mein Vater hat selbst eine massiv manipulative Ader. Ich merke doch, ich werde hier manipuliert, dass ich immer wieder nach meinen Eltern schauen soll und das auch tue, obwohl ich eigentlich auf der Arbeit was zu tun habe, obwohl ich eigentlich mit meinem Partner das Wochenende verbringen wollte und es sich hier um eine Lappalie handelt. Aber trotzdem kriegen meine Eltern, meine Mutter oder mein Vater mich irgendwie immer wieder dazu, dass ich dort auflaufe und sprichwörtlich Gewehr bei Fuß stehe. Wie viele von euch? Es sind eine Menge, das weiß ich, das ist einfach ein Fakt. Ja, aber diese Ablösung von den Eltern kann auch auf eine andere Art und Weise verkompliziert werden. Zum Beispiel, weil ganz, ganz viele Menschen mit Borderline das Gefühl haben, mit ihren Eltern irgendwie noch eine offene Rechnung zu haben. Das erfahrene Unrecht, vielleicht sogar der handfeste Missbrauch in der Kinder- und Jugendzeit, das Invalidieren, auch so ein Fachwort. Das heißt, dass einem bestimmte Bedürfnisse, Gefühle immer abgesprochen wurden und die Eltern einem vielleicht gesagt haben, dass man etwas ganz anderes empfinden würde. Nein, Kind, du bist nicht traurig, du bist nur müde. So etwas, ja, ganz grob gesagt. Dass man das irgendwie wirklich nochmal aufrollen möchte und endlich mal, ja, mit den Eltern eine Situation erleben möchte, wo die Eltern einem jetzt doch wirklich endlich mal Recht geben. Ja, Kind, ich sehe ein, du warst ja gar nicht müde oder bist gar nicht müde, sondern du bist traurig. Ja, Kind, ich sehe ein, in diesem oder jedem Punkt haben wir als Eltern, ich als Mutter, Vater, dir extremes Unrecht getan. Ja, Kind, ich sehe ein, ich bin Alkoholiker. Diese Dinge. Das wollen Menschen mit Borderline unbedingt einmal erleben, weil sie dadurch das Gefühl haben, dass nicht nur die Beziehung zu den Eltern, sondern auch ihnen dann ja endlich mal ganz, ganz viel repariert wird. Sie haben ein so starkes Bedürfnis danach, endlich Recht gesprochen zu bekommen. Menschen mit Borderline kommen deswegen vielleicht auch zu den Eltern und erzählen ihnen von der heute gestellten Diagnose und sagen, schau mal Mama, schau mal Papa, ich habe von meinem Psychotherapeuten eine Borderline-Diagnose bekommen. Und ja, mein Psychotherapeut hat das mit mir durchgesprochen und hat gesagt, das kommt aus der Kindheit. Jetzt habe ich hier von einem Psychologen offiziell die Diagnose und jetzt musst du doch bitte anerkennen, dass in unserer Kindheit und mit mir, mit euch, dass da viel falsch gelaufen ist, können wir da bitte drüber reden. Und wenn das gelingt, wenn die Eltern dann einsichtig werden, dann ist das ganz, ganz heilsam für die heutigen Erwachsenen mit Borderline. Das repariert so viel. Das ist so wohltuend, endlich Recht gesprochen zu bekommen. Und wenn das gelingt, das ist eine ganz tolle Sache, Aussöhnung mit den Eltern. Aussöhnung mit den Eltern kann ein Schritt oder ein positiver Ausgang auch sein, diese Entwicklungsaufgabe, dass man dann sich endlich, dass man endlich loslassen kann von der ganzen Geschichte mit den eigenen Eltern, weil man sich jetzt ausgesöhnt hat. Jetzt kann man endlich in Frieden, ja, jeder kann in Frieden sein eigenes Ding machen. Das wäre toll. Das Problem ist, dass es in den wenigsten Fällen tatsächlich so laufen wird. In den meisten Fällen, und das werden ganz viele meiner von Borderline betroffenen Zuschauer, schreibt es gerne in die Kommentare, bestätigen können, werden die Eltern auch bei vorgelegter Diagnose, werden die Eltern auch bei den am, ja, ultravernünftig, rational, in größter Ruhe vorgelegten Argumentationssträngen es nicht einsehen. Sie werden massiv aktiv verleugnen. Ja gut, okay, ganz ehrlich, es war abzusehen. Hey, wenn deine Eltern, deine Mutter, dein Vater 17, 18, 19, 20 Jahre lang das Offensichtliche immer wieder abgestritten hat, dann ist es doch statistisch wahrscheinlich, dass sie es auch die nächsten 15, 15, 20 Jahre so handhaben werden. Okay, es kann aber auch sein, dass dein Elternteil oder beide Eltern bereits verstorben sind und deswegen diese Aussprache nach der Diagnosestellung mit deinem Psychotherapeuten nicht mehr stattfinden kann, aus eben lebenspraktischen Gründen. Und da ist es jetzt natürlich die Frage, was kann man hier tun? Da gibt es verschiedene Strategien für sich selber, das zu verknusen. Ähm, Kontaktabbruch kann ein ganz, ganz wichtiges, nötiges Mittel sein. Ähm, aber auch den Eltern im Geiste vergeben zu versuchen. Wichtig, Disclaimer, ich weiß, es gibt Menschen unter euch, Zuschauer, Borderliner, Borderlinerinnen, die haben so massive Schweinereien durch ihre Eltern erlitten, dass sie, dass es ihnen sich absolut krank, absolut pervers für sie anhört, wenn hier ein Typ im Video sitzt und klug daherredet und sagt, versuch doch mal diesen Menschen zu vergeben. Mach es für dich selbst. Ihr werdet empört sein, ihr werdet sagen, ich kann doch diese Schweinereien, diesen Monstern von meinen Eltern nicht vergeben. Was labert dieser Typ? Okay, Real Talk. Ich selbst kenne diesen Konflikt. Ich habe selbst ganz schlimme Sachen mit meinen Eltern, insbesondere meinem Vater, erlebt. Ähm, und habe deswegen den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich dich da draußen, dich da als Individuum voll und ganz verstehe. Ähm, dass ich mich voll und ganz in deine Perspektive reindenken kann. Ähm, ich habe für mich diesen Konflikt zum einen durch die Philosophie Schopenhauers gelöst, aber ich weiß, ihr habt keinen Bock, Schopenhauer zu lesen. Ich habe es so für mich gelöst, festzustellen, dass auch ich, der sich häufig richtig komisch verhalten hat gegen anderen Leuten gegenüber, auch ich habe mal die Diagnose kombinierte Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Anteilen gestellt bekommen übrigens. Also, ja, so weit entfernt sind wir vielleicht nicht. Ähm, ich habe mich ja auch häufig komisch gegenüber anderen Leuten verhalten. Und irgendwann für sich selber kann man dann ja auch verstehen, okay, ich habe da Mist gebaut, ich habe mich scheiße verhalten, weil ich durch meine Eltern misshandelt wurde. Und wir könnten, oder ich habe das Problem jetzt so gelöst, zumindestens für mich zu verstehen, dass auch mein Vater sich mir gegenüber so verhalten hat, weil er vielleicht auch von meinem Großvater oder von den Kids auf seiner Schule, in seiner Kinder- und Jugendzeit so und so behandelt wurde, heute deswegen dann Alkoholiker geworden ist, aufgrund dieser Erkrankung wiederum, weil er selber krank war, sich mir scheiß und pervers gegenüber verhalten hat, nicht im sexuellen Sinne. Ähm, ja, und dass ich so irgendwie diese Empörung gegenüber meinem Vater loslassen kann, das heißt nicht, dass ich jetzt mit meinem noch immer uneinsichtigen Vater abhänge. Ja, okay, wie gesagt, ich habe selber den Kontakt abgebrochen, aber ich kann sagen, komm, hau ab, lass uns einfach, lass uns einfach, ich mache diese Akte einfach zu. Die X-Akte über mein, äh, ja, Kind-Vater-Verhältnis wird geschlossen. Zisch ab, wir sehen uns einfach nicht mehr und ich mache Schluss mit dieser Geschichte. Okay? Auf diese Art und Weise einen inneren Frieden, vielleicht auch über die gedankliche Abstumpfung da zu finden. Vielleicht kannst du in Betracht ziehen, trotz aller Monstrositäten, die du, ähm, da erfahren hast, vielleicht gelingt dir das auf eine ähnliche Art und Weise. Je, das Aller, Allerwichtigste ist es aber und deswegen ist dieser Entwicklungskonflikt, die Ablösung von den Eltern auf welche Art und Weise auch immer, so wichtig, dass du auch deine Borderline-Störung überwinden kannst, aus folgendem Grund. Wenn die Eltern auch nur ein Teilaspekt, die, die Wurzel, die ursprüngliche Wurzel sind, dass du deine Borderline-Störung entwickelt hast und ich meine kombinierte Persönlichkeitsstörung damals, ähm, dann können wir ja nicht immer wieder dahin rennen. Der Mensch neigt dazu, in verschiedenste Rollen zu verfallen. Das ist die Rollentheorie, äh, hinsichtlich der Gesellschaft, ja. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich spiele eine andere Rolle auf der Arbeit, ich spiele eine andere Rolle auf der Schule, als zu Hause, als bei meinen Kumpels, ich bin privat irgendwie ein anderer Mensch als beruflich. Ja, selbst gegen meinen Psychotherapeuten spiele ich, habe ich oder nehme ich eine andere Rolle ein, als, ja, als bei meinen Kumpels, bei meiner Freundin habe ich eine andere Rolle, als wenn ich jetzt hier vor der Kamera sitze und euch dieses Video aufschwätze. Okay, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und der Mensch hat leider eine Neigung dazu, in alte Rollenmuster auch wieder hinein zu plumpsen, selbst wenn wir uns, ähm, fortentwickelt haben. Beispiel, ich oder du wurdest in deiner Kinder- und Jugendzeit gemobbt von deinen Mitschülern. Du hast dich weiterentwickelt, hast es jetzt geschafft, dich auf der Arbeit gegenüber deinen Arbeitskollegen und Vorgesetzten zu behaupten, nicht mehr das Mobbingopfer zu sein. Es kann es aber sein, dass wenn du auf ein Klassentreffen gehen würdest mit deinen alten Mitschülern und dir denkst, naja, ich bin ja jetzt jemand ganz anderes geworden, jetzt kann ich denen ja mal zeigen, dass ich nicht mehr das Mobbingopfer bin, kann es passieren, dass du durch, einfach durch die Reaktivierung alter Muster, alter Rollenverhältnisse, dann feststellst, ich sitze jetzt hier mit meinen alten Mobbern und irgendwie, trotz allem, was ich gelernt habe, bin ich jetzt ja wieder ganz unten in der Hackordnung. Jetzt lasse ich mich wieder verlästern, jetzt kriege ich wieder die Zähne nicht auseinander, etc., etc. Okay, ganz wichtig zu verstehen. Und wir haben das natürlich auch mit unseren Eltern. Es kann sein, dass du mit deinem Psychotherapeuten ganz viele Dinge durcharbeitest, dich weiterentwickelst, lernst, etc. Aber immer wenn du zu deinen Eltern, von denen du nicht loslassen kannst, hinfährst, bist du wieder die dumme kleine Tochter oder der dumme kleine Sohn. Das Arschloch der Familie, etc. Und das kann natürlich nicht sein. Wir machen so viel Persönlichkeitsentwicklung, ziehen die Wurzel der Erkrankung aus uns selbst, brechen vielleicht auch den Kontakt ab zu Menschen, die uns nicht gut tun. Aber die ursprüngliche Wurzel, die reißen wir nicht. Nämlich eben das dysfunktionale Verhältnis zu unseren Eltern. Das geht nicht. Du musst, damit du vollständig aus deiner Erkrankung herauswachsen kannst, auch diese, die ursprüngliche Wurzel, den dicksten Batzen irgendwann ziehen. Das heißt nicht, dass du deinen Eltern in die Fresse hauen sollst, auch wenn du dir das vielleicht manchmal wünschst. Nein, es heißt einfach, dass zu einem möglichst guten und legalen Ausgang diese ganze Geschichte hier zu bringen. Das heißt, aussöhnen, wenn möglich. Ansonsten Kontaktabbruch mit dem inneren Versuch. Ich kann es wirklich nur anempfehlen, irgendwie zu vergeben oder deinen Frieden zu finden, indem du verstehst, dass auch deine Eltern die Opfer ihrer Umstände waren. Das tust du für dich, nicht für deine Eltern. Deine Eltern sind mir egal. Ich bin nicht der Anwalt deiner Eltern. Ja, ich kenne deine Eltern nicht. Ja, ich kenne auch vielleicht dich nicht. Es hat ihn, du schreibst hier schon länger auf diesem Kanal in den Kommentaren. Ich freue mich immer über Kommentare und neue Stammzuseher. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sind hier, denke ich, doch eine nette, kleine Community von Menschen, die sich gegenseitig inspirieren, die stark füreinander sind. Die einfach miteinander sind. Ja, ich sage das für dich, okay, dass du es eben schaffst, deine Erkrankung, dein Borderline-Syndrom, auch nicht, weil du darunter leidest. Ich möchte nicht, dass meine Zuschauer, und ich möchte generell nicht, dass Menschen auf diesem Planeten leiden. Und deswegen erzähle ich dir dieses ganze Zeug. Ja, aber jetzt habe ich ganz, ganz viel über die Ablösung von den Eltern gesprochen. Kommen wir zu einer dritten, fetten Krise, die Menschen mit Borderline erleben und überwinden müssen. Nämlich auf eine Entschädigung vom Leben zu warten. Wow. Hat ganz viel jetzt mit dem zu tun, was ich bis jetzt in diesem Video schon gesagt habe. Entschädigung vom Leben, wie meine ich das? Naja, dass Menschen mit Borderline sagen, ich hatte eine ganz schreckliche Kindheit. Ich durfte und konnte so viel nicht, was andere Kinder, mit denen ich zur Schule gegangen bin, durften, konnten. Das Glück, ich hatte nichts davon. Und heute muss ich vielleicht wegen meinem brüchigen Lebenslauf einen Job machen, wo ich nur Hilfskraft bin. Vielleicht mache ich nur einen 450-Euro-Job. Inzwischen sind es, glaube ich, 500 irgendwas. 500 irgendwas Euro-Job im Teddy als Regal einräumen. Während alle anderen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die vielleicht sogar nicht einmal so intelligent oder pfiffig waren oder sind wie ich, die haben viel bessere Jobs. Denen geht es besser. Die haben es leicht. Bei mir ist alles beschwerlich, weil mir Steine in den Weg gelegt wurden. Weil mir in meinen Lebensrucksack Steine durch mein früheres Umfeld, Eltern, vergleichbare Personen gelegt wurden. Und ich jetzt erkrankt bin. Whatever. Es ist doch ein weiteres Unrecht, dass ich jetzt härter arbeiten soll, härter arbeiten muss, nur weil. Und was tun Menschen mit Borderline? Sie warten. Ganz, ganz häufig. Sie sitzen da und denken, nein, aus Prinzip werde ich jetzt nicht doppelt so hart arbeiten wie andere, um auf das gleiche Level zu kommen. Ich warte jetzt so lange, bis mir vom lieben Herrgott Gerechtigkeit erfährt, bis ich also die Entbehrungen nachträgte, und am besten mit Zinsen sogar ausgezahlt bekomme vom Leben. Bis da endlich der eine zum Beispiel kommt, der große Lebenspartner. Bis sich die Situation mit meinen Eltern klärt. Bis ich durch Vitamin B einen tollen Job bekomme, wo ich mich nicht megamäßig anstrengen muss. Wo ich nicht noch mit 40 eine Ausbildung machen muss. Noch mal zur Schule mit 35 etc. 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 Das Problem ist, dass das nicht passieren wird. Wenn es eine Entschädigung vom Leben geben könnte, dann, okay, wenn du sagst, du bist gottgläubig, oder du glaubst an den natürlichen Gang des Schicksals, Konstellation der Sterne, whatever, ich richte nicht darüber, vielleicht, dann wäre das zumindest theoretisch möglich. Die Erfahrung zeigt aber auch bei anderen Menschen mit Borderline, dass das nicht passiert. Und ja, wenn du an diese ganzen Dinge nicht glaubst, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass das passiert. Okay, dann bist du hier jetzt erst einmal alleine. Und weil du alleine bist, musst du als heutiger Erwachsener Verantwortung für dich übernehmen. Ich sag dir nur, aus der Erfahrung, und auch hier bitte wieder, meine von Borderline betroffenen Zuschauer, bitte in die Kommentare schreiben, sag dir, damit ich hier nicht der Einzige bin, der hier klug daherredet, sondern vielleicht auch Betroffene von anderen betroffenen Lebenserfahrungen lesen können. Okay, ich konnte Dinge immer von anderen Betroffenen besser annehmen, als von irgend so einem Klugscheißer. Sei es auf YouTube, so ein Typ, der was erzählt, oder von einem Psychotherapeuten, oder von Lehrern, etc. Wow. Fang an zu arbeiten. Warte nicht. Das Warten wird dir nichts bringen. Und du verlierst immer mehr Jahre, in denen dein Leben schlecht bleibt. Ja, Fakt ist, du sitzt im Schlamasse. Fakt ist, du sitzt im Sumpf deiner Existenz. Und da musst du dich jetzt an den eigenen Haaren aus dem Sumpf verziehen. Und das kostet Arbeit. Der schnellste Weg ist es, die Aufgaben, die du jetzt noch bearbeiten musst, die du hast. Und das ist ein riesiger Berg, abzuarbeiten. Ist einfach so. Und bedenke, selbst wenn natürlich, du weißt, wenn du jetzt fünf Jahre hart arbeitest, der Berg immer noch größer ist, als bei anderen, die, ja, die Sorglosigkeit in die Wiege gelegt bekommen haben, dann ist dieser Berg aber trotzdem in fünf Jahren weniger hoch, als jetzt, bei dir. Und deswegen bringt dir das sofort effektiv etwas. Es lindert deine Leiden. Es bringt dich dein Ziel, ein glückliches Leben zu führen, näher. Und da ist es ganz wichtig, zu verstehen, zu akzeptieren, zu sagen, okay, wow, jetzt Verantwortung für dich, selber und dein Leben zu übernehmen und nicht zu warten, dass jemand anderes das tut. Weil, wenn du nicht gläubig bist, ist sowieso eine solche Person, einen solchen, ja, Geschenkegeber, der ist ja gar nicht existiert. und du bist ein freies Teilchen in diesem Universum, ja, oder aber auch aus der Lebenserfahrung der anderen zu verstehen, dass das Universum oder Gott dir das wahrscheinlich nicht schenken wird. Zumindest bei anderen ist es nicht passiert. Vielleicht ist es auch die, vielleicht ist es auch der Wille Gottes oder des Universums, dass du ein frommes Leben in diesem Sinne, sag ich einmal, führst, dass du anfängst zu arbeiten, trotz aller Prüfungen, die dir gestellt wurden. Vielleicht auch so, okay, das ist eine ganz wichtige Lebensaufgabe, das ist eine Krise, zu arbeiten, trotz unverschuldeten Berg an Mist, den man jetzt abarbeiten muss, die du, das sage ich dir wirklich aus der Erfahrung, lösen musst, sonst wirst du für immer im Schlamm, im Schlamassel, im Dreck, im Mist, den andere dir aufgeladen haben, leben müssen und entsprechend auch deine Borderline Störung nicht überwinden können, weil ja auch die Borderline Störung immer ein Anpassungsmechanismus ist. Du bist ja so geworden, als Antwort auf deine Lebensumstände, ja, der weiter bestehen muss, um im Dreck zu überleben. Aber das Leben im Dreck macht keinen Spaß, das wissen wir beide. Und in diesem Zuge kommen wir zu einer vierten, massiven Lebenskrise, die Menschen mit Borderline haben und diese überwinden müssen, nicht in die Symbiosefalle zu laufen. Mit einem Partner. Menschen mit Borderline wünschen sich Symbiose zu anderen Menschen, Liebespartnern, Beziehung ist das meistens. Manchmal auch freundschaftliche Symbiose. Ja, vielleicht besteht auch noch der Symbiose Wille zu den eigenen Eltern. Da habe ich früher in diesem Video schon was dazu gesagt, falls du bis hierhin gesprungen bist und dir das nicht angeschaut, das spring noch mal zurück, schau dir das an, nicht in die Symbiosefalle mit einem Partner zu gehen. Warum wünschen sich Menschen mit Borderline Symbiose, äh, Seel, ähm, seelische Symbiose mit einem zweiten? Warum wollen Menschen mit Borderline in die Seele eines anderen hineinkriechen, wollen sich umwickeln? Warum haben Menschen mit Borderline das Gefühl, wenn sie nicht in seelische Verschmelzung gehen, würden sie eine Seele sein, die alleine durch die unendlichen Weiten des kalten Universums schweben würde, um dort alleine zu erfrieren? Ja, sehr poetisch. Warum? Weil ich das Gefühl von mir selber aus meiner Vergangenheit kenne. Ähm, es ist ja erst einmal so, wer es alleine nicht schafft, für sich zu stehen, der kann von einem anderen nicht erwarten, dass er diese Aufgabe für einen löst. Verantwortung übernehmen, Menschen mit Borderline wollen die Symbiose, weil sie Verantwortung abgeben wollen an einen anderen und sei es auch nur an einen Lebenspartner. Ähm, das ist es doch. Wie viele von euch, seid ehrlich zu euch, wünschen sich, dass der Lebenspartner das Leben für einen lebt, das man selber nicht schafft zu leben? Aber schon weil man es ja noch nicht einmal schafft, sein eigenes Leben zu leben, wird es ein anderer, der ja zusätzlich auch noch sein Leben leben muss, erst recht, nicht können. Das ist ein Denkfehler, ein frommer Wunsch, der aber nicht funktioniert in der Praxis. Zweitens wünschen sich Menschen mit Borderline vielleicht bedingungslose Liebe, die sie durch ihre Eltern nicht bekommen haben, jetzt von einem Partner. Bedingungslose Liebe gibt es, wenn überhaupt, sowieso nur von den Eltern. Aber auch hier zeigt sich, dass es äußerst fraglich ist, ob die Eltern Kindliebe überhaupt jemals bedingungslos sein kann. Ich weiß auch hier wieder, Empörung, ganz viel, weil natürlich viele von euch, die Borderline-Eltern sind, es ja besser machen wollen, als die eigenen Eltern bei einem und jetzt auch sagen, ich liebe meine Kinder absolut bedingungslos. Ich weiß, wenn ich sage, es gibt keine bedingungslose Liebe, dann ist sofort dieser Impuls bei euch, bei meinen Zuschauern da, in die Kommentare zu hocken, doch, die gibt es. Ich liebe mein Kind bedingungslos. Bedenkt aber, es gibt für die Mütter unter euch, die sagen, doch, die Elternliebe ist bedingungslos. Vielleicht auch nur die Liebe der Mutter zum Kind, das kannst du da im Video als Mann nicht nachvollziehen, weil du bist ja nur Vater, du musstest dein Kind ja nicht auf die Welt bringen und so weiter. Bedenkt, wie viele Mütter da draußen ihre Kinder nicht lieben, aus welchen Gründen auch immer, weil sie emotional selbst mit sich nicht im Reinen sind, weil sie emotional leer sind, weil das Kind durch einen Missbrauch entstanden ist, weil sie eine Identitätsstörung haben, weil, oder vielleicht auch später, weil das Kind irgendwann drogenabhängig geworden ist, das ist nur ein Beispiel, das häufig vorkommt und jetzt das Sorgenkind der Familie ist vielleicht die Mutter beschimpft, die Mutter beklaut, okay, und dann die Mutter irgendwann sagt, es reicht, ich ertrage den Kontakt zu meinem Kind nicht mehr, ich muss den Kontakt zu meinem eigenen Kind abbrechen, auch das gibt es ja, okay, Real Talk, all diese Dinge, wir sehen, es gibt also immer irgendwelche Bedingungen, die Bedingung, dass das Kind vielleicht nicht durch Missbrauch entstanden ist, die Bedingung, dass man selber emotional mit sich im Reinen ist, etc., 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 und wenn du sagst, hey, ich bin Mutter eines Kindes und ich liebe dieses Kind scheinbar bedingungslos, dann ist es halt auch wichtig zu verstehen, dass vielleicht einfach diese Nicht-Bedingungen bei dir nicht stattfinden und dass bei dir einfach alle Bedingungen gegeben sind, dass du im Flow bist, was das Verhältnis zu deinem Kind anbelangt, aber egal, ich schweife ab, ja, bedingungslose Liebe gibt es, wenn überhaupt, nur von den eigenen Eltern, in Partnerschaften ist es immer an Bedingungen geknüpft und sei es nur das gute Aussehen oder ja, sei es die gemeinsamen Hobbys, dass man sich gut versteht, ja, es ist doch die Bedingung für meine neue Partnerschaft, dass ich diesen Menschen attraktiv finde, wir die gleichen Hobbys haben oder in einer anderen Art und Weise uns anziehen, sonst würde ich ja mit jedem verliebt sein, das ist ja nicht der Fall, okay, das ist doch Quatsch, das heißt, deine neue Partnerschaft, mit der du seelische Symbiose haben möchtest, kann diesen Anspruch, dir bedingungslose Liebe zu geben, nicht erfüllen, das ist einfach so, okay, das ist ganz wichtig zu verstehen, ein gewisses Leistungsprinzip, so hart sich das anhören mag, besteht in allen romantischen erwachsenen Beziehungen, ja, und sei es auch nur, sich morgens die Haare zu waschen, okay, ja, das ist der Grund, warum du nicht in die Symbiosefalle gehen darfst, denn sonst wirst du immer wieder enttäuscht werden, okay, das ist ganz wichtig zu verstehen, der andere nochmal, kann nicht dein Leben für dich leben, der andere wird dich nicht bedingungslos lieben, kann somit auch kein Elternersatz sein, und sollte deswegen auch nicht eine Ausrede dafür sein, nicht an dir selber zu arbeiten, ganz große Falle von vielen Menschen mit Borderline, Menschen mit Borderline sagen, ich gehe in seelische Symbiose mit jemand anderem, weil ich dann meinen eigenen Schmerz nicht mehr spüre, und dann hören Menschen mit Borderline wegen der Symbiose auf, an sich selber zu arbeiten, brechen vielleicht sogar die Therapie ab, weil sie sagen, ach, ich bin jetzt in Partnerschaft, jetzt brauche ich auch meinen Therapeuten nicht mehr, aber ihr wisst doch, der Charakter der Borderline-Beziehungen ist eben das Unkonstante, dass es immer wieder schnell endet, okay, intensive, aber brüchige, kurzfristige Beziehungen, das ist das Diagnose-Kriterium im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstimmung, und natürlich aufgrund der Abhängigkeit, der Symbiose, die man anstrebt, weil man nicht für sich Selbstverantwortung übernimmt und auf eigenen Beinen steht, die ständige Angst davor, den anderen zu verlieren, und wieder in der Leere zu sein, alleine die Seele im kalten Universum zu sein, die sich nicht selber zu wärmen vermag. Ganz großer Mist, und sobald ja eben diese Beziehung endet, ja, dann bist du wieder ganz bei Null, dann bereust du, die Therapie beendet zu haben, Therapieplatz, indem du zwei Jahre gekämpft hast, dann hast du leichtfertig die ganze Geschichte abgebrochen und ärgerst dich jetzt. Deswegen, sieh die Symbiose nicht als Lösung für deine Borderline-Erkrankung. Lebe erwachsene Beziehungen, wo jeder auf eigenen Beinen steht und sich in positiver Art und Weise ein Plus gibt und man nicht versucht, das Minus, das jeder vielleicht in sich trägt, vielleicht hat auch dein Partner ganz viele Konflikte, es ist sogar sehr wahrscheinlich, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, versuch nicht aus Minus und Minus Plus zu machen, sondern, ja, gebt euch gegenseitig ein Plus, dafür musst du für dich Verantwortung übernehmen und selber reine machen in dir und deinem Leben. Ja, und in diesem XXL-Video Konflikt, Krise, Lebensaufgabe Nummer 5 von Menschen mit Borderline. Borderline hat eine Neigung dazu, im Alter besser zu werden. Nach 10 bis 15 Jahren, da gibt es inzwischen gute Studien drüber, erfüllen Menschen mit Borderline die Diagnose-Kriterien für Borderline häufig nicht mehr. Aus schon auf diesem Kanal häufig genannten Gründen. Und das teilweise sogar ohne Therapie. Aber Vorsicht, Vorsicht, mir hat jemand unter mein letztes Video geschrieben, das ich letzte Woche veröffentlicht habe, wo ich auch über dieses Borderline wird im Alter besser gesprochen habe, hat mir gesagt, ja, das stimmt, Borderline wird häufig bei den meisten im Alter besser. Also nochmal, bei 80% sind die Diagnose-Kriterien nicht mehr erfüllt. Ich möchte nicht sagen, dass es bei allen so ist. Ich möchte mich nicht lustig machen über meine Zuschauer, die sagen, bei mir ist es aber nicht so, was erzählt der Typ da im Video, der hat doch keine Ahnung, okay, 80% heißt nicht, 100% wurde mir unter mein Video geschrieben von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, war es glaube ich, es stimmt, Borderline wird besser, aber man kann auch Krisen im Alter, Zusammenbrüche, Zusammenbrüche weniger gut verkraften. Ja, natürlich, wie viele massive Zusammenbrüche hatten wir, als wir 15 waren und gut, die gingen vorbei. Wie ist es aber, wenn jemand, der 50, 60, 70 ist, eine massive Krise, einen Zusammenbruch erleidet und vielleicht all das verliert, was man 20, 30, 40 Jahre vorher sich aufgebaut hat. Brutal, okay, das heißt, ich möchte euch sagen, es wird immer wieder Krisen geben, es wird auch immer wieder Zusammenbrüche geben, das wird seltener, das wird auf eine bestimmte Art und Weise weniger heftig, nach objektiven Gradmesser vielleicht, weil man auch mehr Ressourcen hat, aber durch das Alter kann man das vielleicht auch weniger gut verkraften. Und deswegen ist es eine fünfte große Lebensaufgabe für Menschen mit Borderline zu verstehen, man muss leider immer am Ball bleiben, man hat nie ausgelernt, man hat sich nie zu Ende entwickelt. Du musst immer weiter an dir arbeiten, du musst vielleicht auch, das kann passieren, irgendwann nochmal eine neue Therapie machen, wegen einer anderen Sache, die aufgeploppt ist, die aufgekommen ist, die aber irgendwie verwandt ist mit all dem, was du zuvor erlebt hast. Du musst immer mal wieder in einen Ratgeber hineinschauen, du musst immer mal wieder meine Videos auf YouTube schauen, auch wenn du sagst, und das ist für mich als YouTuber natürlich nicht gut, aber es ist für mich als Mensch, als Tom, es ist mein Herzenswunsch, dass du vielleicht auch sagst, ich schaue gar nicht mehr alle deine Videos, weil ich die nicht mehr brauche, ja, aber viele meiner Zuschauer wissen, dann irgendwann nach ein paar Monaten landet man dann häufig doch wieder auf meinen oder auf anderen Videos auf YouTube und muss dann doch nochmal, ja, sich nochmal schauen, weil man wieder Probleme hat, wo man dachte, sie sind verschwunden, etc. Okay, versteh bitte einfach, dass du am Ball bleiben musst, du musst dich weiterentwickeln, dein Leben lang, man lernt nie aus, das ist die letzte Krise, das ist die letzte Lebensaufgabe, die man hat, ja, die letzte Aufgabe für immer. Ja, und mit diesen Worten, ja, okay, möchte ich dieses XXL Video, du bist wahrscheinlich genauso müde und erschöpft nach, ich habe keine Uhr, ich sehe auf der Kamera das nicht, 30, 40 Minuten nur gefühlt aus der Erfahrung heraus, bist du genauso erschöpft wie ich, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video etwas weiterhelfen, Perspektivwechsel geben, dich inspirieren oder wenn das alles nicht da gegeben ist, habe ich dich wenigstens unterhalten, okay, wie gesagt, abonniere diesen Kanal, wenn du sagst, dieses Video hat dir gefallen, ich habe hier ganz viele andere Videos zum Thema Borderline und jede Woche kommt mindestens ein neues Video zum Thema Borderline auf diesem YouTube-Kanal und bedenke auch, es gibt hier eine sehr nette Community aus anderen Borderline mit Betroffenen, mit denen du dich austauschen kannst, ja und wenn du dieses ganze YouTube-Projekt von mir hier auch unterstützen möchtest, werde von Herzen gerne auch Kanalmitglied, einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung, da kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür mir helfen, mich unterstützen, dass ich auch die Möglichkeit habe, immer neue Videos zu machen. Bla, 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 liebe Leute, haltet die Ohren steif, ich wünsche euch nur das Beste, ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, euer Tom.